Hallo, ich bin Robert, der Marketingmanager bei Blackfire seit der Spiel 2016. Blackfire gibt es als Verlag seit 2014 und wir haben uns besonders auf Kennerspiele und Spiele mit historischem Flair spezialisiert. Da hatten wir in der Vergangenheit zum Beispiel das bekannte Kraftwagen von Matthias Kramer, aber auch West of Africa und jetzt erst vor kurzem rausgebracht La Granja no Siesta. Ende März bringen wir jetzt unser neuestes Spiel raus, The King's Will, in dem zwei bis vier Spieler sich damit beschäftigen, den Willen des Königs zu erahnen und möglichst gut zu erfüllen. Wir wünschen euch mit den Blackfire Spielen viel Spaß. Wir werden natürlich auch in Essen vor Ort sein und hoffen, dass wir euch dort begrüßen können.